Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Diesmal geht es hier um ein Spielzeug, und zwar um das Spielzeug Goklogs Muschel. Steht auf einem Stück von Goklogs Muschel. Wenn man sich bewegt, bricht der Effekt leider ab. Und der Goklog, der befindet sich in der Schreckensöde in Pandaria. Am besten kommt man zu der Muschel hin, wenn man raus aufs Meer schwimmt. Auf der Map oben links. Dann tagt man runter zur Muschel. Wenn man noch keine Level 100 ist, dauert der Kampf ein bisschen länger. Aber man hat Glück, denn in der Nähe von der Muschel kann man unter Wasser atmen. Nachdem man die Muschel geöffnet hat, entweicht eine Perle aus der Muschel. Und dann kommt eine Gruppe von Waldgeistern und nimmt die Perle mit. Gleichzeitig bekommt man eine Quest, und zwar die Quest Goldversprechen. Sprecht mit Häuptling Rikidun in Rikidun in der Schreckensöde. Am besten folgt man dann den Waldgeistern, aber die verschwinden dann. Dann fliegt man einfach zu Rikidun und gibt die Quest ab. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Muschel und öffnen sie. Hier befindet sich die Muschel. In Gokblocks Grotte. Ich töte erstmal den Hai hier. Je länger der Kampf gegen den Muschel dauert, desto mehr Ads erscheinen auch. Und wenn man noch keine 100 ist, dann dauert es halt länger. Und man muss halt die Ads töten. Ich werde jetzt erstmal die Muschel aufmachen. Hier rechts kommt wieder der Ads. Alle Muschel ist auf und die Quest ist da. Goldversprechen. Sprecht mit Häuptling Rikidun in Rikidun in der Schreckensöde. Und wer klaut hier die Muschel? Eine Gruppe von Waldgeistern. Die Quest. Sobald die Kreatur gestorben war, erschien eine seltsame Gruppe von Waldgeistern. Und nahm die Perle mit. Und nahm die Perle weg. Die Waldgeister leben in der Nähe in einem Dorf namens Rikidun. Vielleicht sollte ich das untersuchen. Das wollen wir da mal machen. Mal schauen wo die hinlaufen. Und dann. Okay. Da sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Dann müssen wir nach Rikidun fliegen. Dann müssen wir nach Rikidun fliegen. Oder reiten. Jetzt sind sie weg. Wird auf der Map ganz einfach angezeigt, da kann man es nicht leicht finden. So, da ist ja der Häuptling Rikithun, da gebe ich mal die Quest ab. Diese Glanzsaat, war das eure Tat? Ich hatte bereits eine, aber zwei sind besser. Wir brauchen nur die Samer, nicht die Höhlen, wenn ihr wollt, könnt ihr sie behalten. Aber gerne doch. Quest beendet und um ein Spielzeug reicher geworden, yeah, Goklux Grotte. Gleich mal testen. Steht auf einem Stück von Gokluxen Muschel. Gokluxen. 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 Oh, wenn man springt, dann bricht der Effekt ab. Naja. Heißt auch, wenn man sich bewegt, bricht der Effekt ab. So, hat die Muschel halt 30 Minuten Abwindzeit. Ich muss hier 30 Minuten warten. So, ich hoffe ich konnte euch wieder helfen. Ich hoffe ich konnte euch wieder helfen mit diesem Video. und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet. Bis dahin, viel Spaß noch und viel Erfolg. Servus, pfitti und tschüss, euer Chica.